Für viele ein sprachliches Hindernis bricht der 21-jährige Georgiou schon in seinen ersten Einsätzen für den SSC Neapel erste Rekorde. Vier Tore und zwei Vorlagen in seinen ersten acht Spielen in einer Top-5-Liga und der Champions League. Dabei verzaubert er zurzeit alle, die ihm zusehen, mit seiner trickreichen Spielweise, bei der der Linksaußen aber dennoch auch eine großartige Effizienz in Form von Toren und Vorlagen aufweisen kann. Nicht umsonst wird er von den Napoli-Fans schon als Quaradonna betitelt, auch wenn dies vielleicht größtenteils daran liegt, dass sie sich halt bei der Aussprache seines Namens schwer tun. Aber starten wir von vorne und betrachten mal den Werdegang und seine bisherigen Stationen. Quietscher Quaradz-Grelia wurde am 12. Februar 2001 in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren. Schon als Minderjähriger galt er in der Akademie von Dynamo Tiflis, dem erfolgreichsten Verein des Landes, als Wunderkind. Als 16-Jähriger ging er dann in der U17 des Klubs auf Torejagd und wenig später debütierte er für die Profimannschaft. Vier Kurzeinsätze später war seine Zeit in der Hauptstadt dann allerdings schon vorüber. Quaradz-Grelia wechselte zum Liga-Konkurrenten FC Rustavi, für den auch sein Vater schon gespielt hatte zu seiner aktiven Zeit. Als Linksaußen und auch als hängende Spitze blühte er dann auf und nachdem er ein Jahr später für die Rückrunde zu Lokomotiv Moskau ausgeliehen wurde, wagte er dann im Sommer 2019 den festen Wechsel in die russische Premier Liga, nämlich zu Rubin Kazan, die ihn für 600.000 Euro unter Vertrag nahmen. Er debütierte für die georgische Nationalmannschaft und spielte über zwei Jahre für Rubin Kazan. In 73 Spielen bereitete er dort 18 Tore vor und erzielte 9 Tore selbst. Durch diese Leistungen wurde er dann auch in den letzten, also in den vergangenen zwei Jahren, zum Fußballer des Jahres in Georgien gekürt. Zu der Zeit wurden dann halt auch mit Dortmund, Tottenham oder auch Gladbach schon einige europäische Topklubs auf ihn aufmerksam, doch dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dazwischen. Der junge Quietscher positionierte sich gleich gegen den Krieg und wechselte dann auch durch die Sonderregelung, dass halt ausländische Spieler Russland verlassen durften, trotz eines Marktwerts von 16 Millionen Euro, nur für die Hälfte, also 8 Millionen Euro zurück nach Georgien in seine Heimat zu Dynamo Batumi. Diesen Wechsel vollzog er dann, da er damals laut eigener Aussage halt einfach das Bedürfnis hatte, vorerst einmal in sein Heimatland zurückzukehren. Dort dreht er dann so richtig auf und empfiehlt sich mit 8 Toren und 2 Vorlagen in nur 11 Spielen für seine erste Station in einer Top-Liga. In seinem Heimatland wird Quarazzchrelia auch als georgischer Messi bezeichnet, aufgrund seiner Spielweise, zu der wir später noch kommen. Er selbst hält es aber eher mit Cristiano Ronaldo. So trägt er nun auch die Rückennummer 77, einfach aufgrund dessen, da die 7 schon vergeben war. Sein aktueller Berater sagte bereits vor wenigen Monaten, dass er fest davon überzeugt ist, dass er eines Tages mal bei Vereinen wie Real Madrid oder dem FC Bayern landen wird. Zunächst einmal ging es nun, in dem Sommer dann aber erst einmal zu einem Verein, der eine Etage unter den genannten Vereinen einzuordnen ist. Dennoch konnte er sich seinen großen Traum seit Kindheitstagen erfüllen, denn mit Neapel klopfte ein Verein an, der in der Champions League vertreten ist. Für schlappe 10 Millionen Euro sicherte man sich dort seine Dienste und er schlug direkt ein. Sein Trainer dort ist Luciano Spalletti, der in seiner Zeit als Trainer der Roma schon eine große Rolle bei der Entwicklung von Mohamed Salah gespielt hat, was nun auch auf ähnliche Weise bei Quarazzchrelia eintreffen könnte. Denn nun kommen wir zu seinem Spielstil und auch seinen Stärken bzw. auch Schwächen, denn er ist natürlich noch kein perfekter Spieler. Quarazzchrelia spielt auf jeden Fall bevorzugt über links außen, geht dann von dort extrem gerne ins Dribbling. Also er geht wirklich oft ins Dribbling und hat da dann auch auf jeden Fall erfolgreiche Dribblings, da er halt so oft reingeht, aber seine Erfolgsquote bei Dribblings ist halt dann vergleichsweise doch eher gering, denn so kann er nur 31% seiner Dribblings für sich entscheiden. Dabei zieht er dann auch gerne von außen nach innen, zieht dabei viele Fouls, holt Freistöße und auch Elfmeter. Für einen in dieser Saison wirklich standardstreiches Neapel, also hat er auf jeden Fall auch seinen Impact, wenn er dann letztendlich vom Gegner gelegt wird. Wenn er den Ball außen erhält und dann nach innen zieht, bringt er extrem viele Flanken nach innen schwingend mit seinem rechten stärkeren Fuß, aber man kann ihn eigentlich auch als vollkommen beidfüßig ansehen, denn sein linker Fuß ist eigentlich ziemlich identisch genauso gut, auch wenn er das meiste mit rechts macht. Und genau das macht es halt so schwierig, ihn zu verteidigen, denn so weiß man im Verteidigen gegen ihn nie, was er als nächstes machen wird. Geht er jetzt ins Dribbling, zieht er links vorbei oder rechts vorbei, schlägt er die Flanke mit rechts nach innen ins Zentrum oder zieht er dann doch, wie er es auch ab und zu gut macht, an die Grundlinie und bringt den Ball dann mit seinem linken Fuß in die Mitte. Wenn er den Ball dann außen erhält und mit Tempo nach innen, also in die Mitte zieht, ins Spielfeldzentrum, dann ist sein Trade Mic Move, den er oft macht, einfach das klassische Roulette und er setzt es wirklich effektiv ein, muss ich wirklich mal sagen. Aber auch der Distanzschuss ist oft ein Mittel für ihn, wenn er nach innen zieht, wo er dann mit seinem rechten stärkeren Fuß entweder den Ball ins lange Eck schlenzt oder halt einfach einen Spannschuss raushaut und den, so stark er kann, aufs Tor befördert. Und genau darin war er diese Saison auch schon das ein oder andere Mal erfolgreich für Neapel. Und mit 1,3 Schüssen aufs Tor pro Spiel gehört er auch zu den besten Spielern der italienischen Liga im bisherigen Saisonverlauf. Natürlich hat Quarazz Grelia nicht nur Stärken und sein Spiel ist halt, wie gesagt, mit den vielen Dribblings auch extrem riskant und so verliert er mit 13,7 Ballverlusten pro Spiel ziemlich häufig den Ball und gehört in der Kategorie auch zu den schlechteren Spielern der Liga. Woraufhin er aber dann meistens gut reagiert, wenn er den Ball mal verliert und dann direkt ins Gegenpressing übergeht und halt versucht, den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern, wobei er darin auch wirklich gut ist, da er seinen Körper sowohl mit als auch ohne den Ball wirklich gut einsetzt, obwohl er jetzt nicht sonderlich stämmig gebaut ist. So ist er zumindest offensiv auch Kopfballsteig mit seiner Größe von 1,81 Meter. Wenn er dann mal mit seinem enormen Tempo in den Strafraum stößt, sich mit seiner extrem guten Sprungkraft hochschraubt und dann mit einer guten Präzision den Ball einköpft. Am wohlsten fühlt sich Quarazz Grelia links außen, sobald ein Angriff startet. Aber mit seinem schnellen Antritt, aber auch generell seiner guten Sprintgeschwindigkeit ist er wirklich ein richtig guter Spieler für Konda und kann die Mitspieler auch mit einem soliden Passspiel, aber auch guten Flanken in Szene setzen. Bei längeren Angriffen hingegen, wo man dann auch einen hohen Ballbesitz hat, also ziemlich am 16er vom Gegner, da lässt er sich auch mal tiefer fallen, um sich halt vom Gegenspieler zu lösen und dann halt eben in den Strafraum zu ziehen ohne Gegnerbegleitung und dann halt entweder, wie ich es gerade gesagt habe, auf den Kopfball zu gehen, weil er da wirklich gut ist, oder dann halt auch einfach mal auf die Ablage von den Mitspielern warten, wo er dann einfach aus dem Rückraum aufs Tor abschließen kann und aus beiden Mustern ist diese Saison schon das ein oder andere Tor von ihm gefallen und das fällt auf jeden Fall so auf, was seinen Spielstil angeht. Er passt mit seiner Spielweise auf jeden Fall perfekt in das System bei Neapel unter Trainer Spalletti und ja, es zeigt sich auch an dem guten Saisonstart bis hierhin. Abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Quaraz Grelia ein Spieler ist, der zum einen extrem viel Spaß macht, wenn man ihm zuschaut, der aber dennoch auch den offensiven Output liefert, in Form von Toren und Vorlagen, also nicht nur eine Show macht, sondern auch wirklich durch seine Spielweise wichtig für das Spiel ist und alles für den Erfolg der Mannschaft gibt. Dabei hat er natürlich noch ein paar vereinzelte Schwächen, aber seine sonstigen Anlagen sind wirklich herausragend und ich finde, er ist vor allem für sein junges Alter jetzt schon ziemlich komplett und kann sich auch noch in allen Aspekten verbessern, sowohl in denen, wo er jetzt schon wirklich gut ist, auf einem hohen Niveau agiert, als auch in denen, wo er sich auf jeden Fall noch verbessern muss und gelingt ihm dies, dann traue ich ihm wirklich sehr viel zu. Ich meine, er ist jetzt schon der absolute Star bei Neapel. Ich glaube auf jeden Fall, dass sein Weg ihn noch zu einem noch besseren Top-Club führen wird, der wirklich in der obersten Etage mitspielt und ich würde sagen, was sein Potenzial angeht, gilt wirklich Sky is the Limit. Da traue ich ihm wirklich alles zu, das ist ein krankes Talent und ja, solange der nicht von Verletzungen aufgesucht wird, was jetzt in seiner Karriere bis jetzt noch nicht der Fall war. Also da ist auf jeden Fall eine gute Chance, dass es so weitergeht und so weiter läuft und dann traue ich ihm wirklich zu, einer der ganz Großen zu werden und auch seine Nationalmannschaft zu dem einen oder anderen Turnier zu führen. Das soweit also meine Einschätzung zu Quietschak, Varad Krelia. Was sagt ihr zu ihm? Habt ihr ihn schon spielen sehen? Teilt er meine Einschätzung, seid ihr anderer Meinung? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!